Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Arise Teil 83. Wir haben dieses riesige Flammenfieder besiegt, was auch immer das war. Die Gruppe geht schon davon aus, dass es irgendwie ein Teil, also ein Teil vom Keil war, beziehungsweise eines der Lichter war vom Keil und das Astralenergie gesammelt hat für den Keil, der ja die Astralenergie nach Lenegis gefeuert hat. Jetzt sind wir hier durch, was gut ist. Boah, krasse Fluchbreche und Erweckungskiese. Und jetzt kommen wir hier wahrscheinlich ein bisschen raus aus dem Vulkan und dort finden wir unser Raumschiff und dann geht es nach Lenegis. Kann das sein? Geht es dann schon nach Lenegis? Boah, krass, wie hier einfach grün ist dann direkt wieder. Inneres Heiligtum. Einsturzstelle, Kartenaktion und Lager. Okay. Dass der Shop hier vorne ist. Da ist es! Das sind halt so harte Dragon-Wall-Vibes, ey. Ganz ehrlich. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, zurück in die Stadt zu gelangen, kann ich euch aushelfen. Genau, da kümmerst du dich sogar... Alter, wie viele Sachen wir da verkaufen können. Kümmerst du dich im Notfall sogar darum, um unsere Tiere. Oh, Traubengelee. Guck, aber genau das meine ich. Das genau das meine ich. Hier, das Apfelgelee gibt 400 Kp. Dann gibt es 800 mehr. Das heißt, im Verhältnis bringt es deutlich... Das bringt dreimal so viel, kostet aber nicht dreimal so viel. Dann gibt es wieder 800 mehr. Aber in dem Verhältnis... Das komplette... Nee. Und hier nochmal 800 mehr. Wer zahlt denn da nochmal das Doppelte? Das ist doch komplett... Ich zahle dann als Doppelte, das könnt ihr vergessen. Tränke des Lebens, das können wir mal einkaufen. So. Verprasser habe ich gerade als Dings bekommen. Es ist wirklich nötig, so viel dafür auszugeben. Wir haben 168.000. Und wir haben gerade 6.000 oder 7.000 ausgegeben. Ausgegeben, das ist gar nichts. Schickes Ding, ey. Schickes Ding, ey. Ich finde es irgendwie krass, dass nicht mal die Lords Raumschiffe haben. Und sind Dua-Lim auch ganz kaputt. Sogar noch Treibstoff. Jawohl, der hat richtig Ahnung, ey. Der ist schon eine gute Bauweise. Damals hat man auch ordentlich geschafft. Ich bin jetzt mit dem Spannende. Ich bin in der Zeit. Danke, Freunde. Ich glaube, was Schönes zu sagen, Xion. Was Nettes. Nice, das heißt, wir können nach Lenegis. Einfach ein bisschen chillen, hier ist voll schön. Na toll, dieses so Point-of-No-Return-Punkt, ja? Ich meine, tatsächlich haben wir wenig zu tun, muss ich sagen. Wartet, bis das Schiff startbereit ist. Das hier hinten, oder was? Lass uns mal kurz nochmal durchgehen, aber ich glaube, wir machen davon nichts. Das war dieses, wie ich das jenseits der Level 50 ist. Das schaffen wir auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, das Einzige, was wir noch tun könnten, wäre nochmal angeln. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht machen. Hier brauchen wir dieses seltene Buch, bevor wir die Quest abgeben können. Das hier könnte man vielleicht schaffen. Was für ein Level war das? Und Sembarazon. Das könnte man vielleicht schaffen. Das ist das Einzige, was wir noch haben. Ich weiß nicht, ob wir uns das... Vielleicht gucken wir uns das tatsächlich nochmal kurz an. Ja, komm, was soll's. Gucken wir es uns nochmal kurz an. Welches Level war denn das? Aber das war auch ziemlich hoch, ja. Sollten wir uns hier auf jeden Fall kurz ausruhen. Aber ich glaube, ich kroch jetzt mal nichts zur Abwechslung. Nach erfolgreicher Schlacht wird geschmaust und gelacht. Wir reden mit niemandem. Ich will gucken, ob wir steil genommen für dieses Viech sind. Ich weiß nicht mehr, welches Level das hatte. Es war auf jeden Fall über uns, aber es war jetzt nicht völlig absurd, glaube ich. Und wir haben seitdem schon ein paar Level gemacht. 56, ja okay, nevermind. Ich hab's immer richtig im Kopf. Ich probier mich, ich versuch mich trotzdem mal dran. Ja genau, weil's nicht so viel Leben hatte vielleicht. Ja, aber wegen was habe ich... Wenn diese kleinen Bollen da die ganze Zeit kommen, ich weiß nicht mehr. Schleimer. Ich weiß nicht, ob ich mich um die kleinen erst kümmern soll, oder ob ich einfach weiter hin aufs große gehen soll. Wenn ich seh, das ist nicht so... Na gut, wenn die jetzt halt beide schon wieder tot da liegen, die Pfeifen. Ey. Nicht zu viel. Nicht zu viel für uns. Zu viel für uns. Aber es war interessant auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall interessant. Ähm, Nebelheim-Kalköln. Ja komm, wir machen. Äh. Wait, what? Das ist das Falsche? Scheiße, ich hab's Falsche geladen. Das war, als wir das letzte Mal hier waren. Da waren wir noch ein bisschen schwächer. Guck mal, fünf Level Unterschied sind das. Wie ich einfach das Falsche laden. Sorry, Leute. Nur nochmal kurz gucken, ob ich stark genug dafür bin. Aber ne, ne. Ne, ne. Bin ich nett. Bin ich nett. Warum plagt mich jetzt so ein Hunger? Dann sind wir auf jeden Fall ready, würde ich sagen. Dann machen wir hier noch eine kurze Pause. Oder jetzt müssen wir ja sowieso rasten. Oh krass, jetzt ist es hier hell. Ich fand es cooler, als es hier dunkel war. Aber das wird's jetzt vielleicht, wenn wir da noch ne Rast machen. Mit fünf, mit sechs solcher Kisten. Bis alle gerade da sitzen. Was stimmt. Was? Weil, wenn wir. Wenn wir zu dieser Beppe umgeht, willst du nach Rene, präsentiert Meist zu sagen? Das war, dass ich mich geflößt habe. Was? Wenn man gehört, heisst, was? Wahrscheinlich. Es ist schon aber schrecklich. Das war ich noch nicht so. Das war's für 300 Jahre lang. Ob wir Ich habe das Gefühl, dass wir mit Länegis und Länegis haben. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr Länegis haben. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zu Hause gehen. Ich verstehe, dass ich nicht so gut bin. Ich glaube Nat, ich glaube leider Nat Erfnischt, der Eiskahl, der wird ganz lindig den Erdboden gleich mal abstürzen lassen Vor allem werden diese Frage mit den zwei Herrschern vielleicht irgendwann mal beantwortet Shion hat bestimmt Familie noch in Linneges Irgend sowas auf jeden Fall Wie sie sich immer aus dem Staub macht, ey Wobei vielleicht steht sie auch nur irgendwo rum Naja, tut sie, hm? Deine Gruppe hat sich aufgelöst Halt, tut euch doch hinlegen, ihr könnt doch nicht so schlafen, es ist so ungemütlich Wo ist er? Wo ist Shion? Ich sehe es, Nat Halt, willst du allein fliegen? Ist das hier ernst? Ich sehe es jetzt, wie Sie sich kurzidelity bemerken Die will echt gehen. Wird auch laut schreien, dass die anderen aufwachen. Sie schießt wirklich, glaube ich. Oof. Na toll. Ich habe das Gefühl, dass ich in Vorlern gebetet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in Vorlern gebetet habe. Ich habe mich auch gewundert, dass er das überlebt hat damals. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in Vorlern gebetet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in Vorlern gebetet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze habe. Wtf? Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze habe. Ich habe es versucht, zu machen. Das ist mein Ziel. Bis zum anderen Lennagin zu retten, war ich mit uns zusammen? Ich war für mich, wenn ich um Leben leben, war ich für mich. Ich hab mich für ihr verletzt. Es war ja so. Ich habe mich mit euch hier gelesen. Ich habe mich nicht mehr als zuletzt, dass ich mich nicht mehr sterben. Ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr fühle. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Frau von der Reden aus dem Lachen ausgewertet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich den Lachen ausgewertet habe. Aber es ist jetzt nicht so. Was ist das für eine Macht dann? Vor Gras. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit einem Lernasana und den Geist mit einem Lernasana habe. Das ist nicht... Ich habe das nicht... Ich habe auch keine Dinge, aber ich wollte mich nicht mehr. Ich wollte mich auch nicht mehr, aber ich wollte mich nicht mehr. Ich habe das jetzt, so vieles zu tun. Ich hätte gerne, wenn es so gut ist. Ich hätte das Gefühl, dass ich so etwas zu tun... Seholt! Arphe! Ich kann mich nicht mehr leben, dass ich mich nicht mehr wundern kann. Ich kann mich nicht mehr wundern, was ich nicht mehr wundern. Arphe! Nein, ich will keinen Anruf! mille! Ich darf nicht! Wir werden uns nicht die Bedenken! Wir werden auch am Ende überraschieren! Ich hab doch das gesagt! Das war's für mich. Geht hinversauern, das wär jetzt cool. Gut, dass wir ein Herrscher dabei haben. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich gerade echt gut gemacht. Als er sie so umarmt hat, hat man richtig seine Schmerzen gesehen. Das finde ich, haben sie echt gut gemacht. Weil als er die Schmerzen noch nicht gespürt hat, hat man das überhaupt nicht gesehen. Und jetzt, wo er die spürt und sie trotzdem umarmt, hat man so richtig in seinem Gesicht gesehen, wie schmerzhaft das ist, weil es einfach durchgezogen hat. Krasser Typ dieser Alphen, einfach ein richtig krasser Kerl. Das ist so ein bisschen... Ich frage mich, ob diese Dunkelheit auch diese dunkle Astralenergie ist. Es gibt ja auch noch Licht und Dunkelheit, ob das irgendwie der Macht entspricht. Wobei ich dann komisch finde, dass sie den Feuerkern in sich trägt. Eigentlich sollte sie ja dann fast schnell Dunkelheitskern in sich tragen. Die Nacht vor dem Abflug. Dann reden wir mal noch mit unseren Freunden. Bevor es in einen großen Fight geht. Das Ende der Welt. Ich glaube, Shion sagt die Wahrheit. Dass es überhaupt noch zur Debatte steht, nur sie lügt. Ja, ich weiß. Ja. Das war's für ein Geist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die殻sache ist in der Renegis. Dann wird es so, wie eine Erleuchtung auf dem Lernst. Ich habe das Problem, dass ich es nicht so gut finde. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut. Ich weiß nicht. Ach, das macht mir nichts aus. Ja, das war schon beeindruckend, wenn man es trotzdem gesehen hat. Das wäre ich auch, dass es gut ausgeht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, in der Zwischensequenz hatte ich jetzt gerade ganz kurz so das Gefühl, dass es hier vielleicht gar kein Happy End gibt, so wie die das gesagt hat. Zwar, okay, wahrscheinlich gibt es es schon, ich hoffe es, aber vielleicht geht das Ganze hier wirklich nicht gut aus. Ich glaube, es würde zur Geschichte passen. Oh, den Witz, wer kann da jetzt schlafen, ey? Ich glaube, es ist schon so wichtig. Ich bin immer noch einig, wenn ich dann immer wieder nachdem, weil ich mich immer ein bisschen ausgesprach, weil es war, dass ich mich nicht so schwer verletzen kann. Ich glaube, es war für mich nicht so schwer, dass ich mich nicht so schwer verletzten. Ich glaube, es ist das so richtig, was ich? Aber das ist das nicht anders. Sie hat das ja auch gut verbeugen. Ja. Das ist das, was wir uns wirklich haben. Wir werden auch ein Freund. Wir werden auch ein Freund. Ja, das stimmt. Wir waren alle einander. Aber wir können nicht so sein. Ich möchte auch das, Sion. Ich bin jetzt so gespannt, was in Linneges passieren wird. Ich glaube, da geht es richtig ab nochmal. Ich habe auch nicht gesehen, dass ich mich nicht so verletze. Aber ich habe es nicht gesehen, dass ich mich nicht so verletze. Ich bin nur für dich. Ich weiß, dass ich mich, dass ich mich nicht verletze, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe immer noch den Sion zu helfen. Das war's. Das war's für mich. Aber ich wusste gar nicht, dass ich es nicht wusste. Ich wusste nur, dass ich mich für sie verabschiedet habe. Aber ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Aber ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich mich für alle. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich mich für alle. Okay, ich weiß, ich verstehe. Was ist derjenige? Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Es gibt nicht, oder? Es gibt nicht, wenn... ... du... ... du hast dich entschieden, was dich zu sagen? Ich will nicht sagen, was ich sagen. Wie? Nein, aber ich will nicht das Problem mit dem Leben zu warten. Ich werde jetzt mit Sion helfen. Ich werde wieder überraschend sein, aber... ... das wird dann noch so sein. Das ist gut, oder? Oh, das ist gut. Sefir wäre sehr zufrieden, dass wir Dana gerettet haben und jetzt nach Lenegis gehen und uns dort um alles kümmern. Sieht schon geil aus, gell? Das muss man schon sagen. Mit Pelégion da links und rechts der Kyle, beziehungsweise der ehemalige Kyle. Das war's. Das war so natürliche, was du. Ich bin anders. Ich habe mich nur ein, als ich mich selbst selbst verletzten. Ich habe mich immer noch immer geholfen. Ich habe mich wirklich beeindruckt. Nee, das stimmt nicht. Das war auch davor schon anders. Das war die Versorgung. Ich wollte mich nicht mehr verletzen. 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 Aber das war... Ich hatte nur das Gefühl, dass ich mir nicht mehr überrascht. Ich hatte auch mich niemals überrascht. Als ich mein Schatz habe, und wenn ich alle Fähler gemacht hatte, war es auch was. Es ist vorbei. Ich mache mich nicht mehr. Ich finde, es ist ein gutes Ausgleich zu haben. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Mit dem Renas Alma kannst du die Dawn zerstören und du würdest dadurch selber sterben. Ob und wie wir das verhindern können, werden wir herausfinden. Auf Linegis. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wenn wir dort ankommen, ob da dann gleich Krieg angesagt ist. Oder ob die Leute uns gar nicht so feindlich gesonnen sind, wie wir jetzt erwarten. Ob das nur eine Gruppe ist, die gegen Dana schießt. Es bleibt sehr spannend, aber ich glaube, in der nächsten Folge geht's so richtig los. Also schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.